Herzlich Willkommen Freunde und da geht es weiter mit Red Dead Redemption wie versprochen heute geht es weiter mit weiteren sieben Folgen ja jetzt zocken wir weiter was das nachtwache ja das machen wir doch mal jetzt so die Gegend mit dem Hund nach Störe und Friede ab ok jetzt mit Apropos, viele Leute fragten, dass ich halt irgendwie einen Zug überfallen soll oder halt Läden. Ja, nur das Problem ist, in den Läden und in den Zügen gibt es immer so ein Safe und das muss man knappen und ich weiß nicht, wie das geht. Das wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit erst im Laufe der Geschichte, also der Story, mit beigebracht und danach könnte ich das halt machen. Habt ihr jetzt was? Da, Pferdedieb. Überwältige den Pferdedieb. Seht ihr, das ist auch noch eine Mission, die kann man nachts machen, hat Nachtwache und man kriegt dafür auch Ruhm und Geld. 32 Dollar, boah, das ist übelst. Wo gehen wir mal jetzt hin? Zu S oder zu M? chợ es? Steher! Steh! Was ist das, ein Waschbär? Waschbär, Fleisch, und Fell. Was ist das, was ihr da gesehen habt? Das sind auch Nebenmissionen, die man halt erfüllen kann. Aber die Missionen werden nicht auf der Karte markiert, man muss sie halt selber finden. Wie eine Rätsel halt, ne? So ein Fragezeichen ist das. Hier wird geschossen. Boah, da gebe ich sie ja richtig ab. Hier, die muss jetzt helfen. Die leben noch, oder was? Alter, was halten wir aus? Was ist das, ey? Es ist eine Ehre, zu helfen, Sir. Ich hätte auch den Banditen helfen können, wenn ich ein Böser halt im Spiel. Ja, wir gehen mal zu M. Hä, Bonnie McClones mit gehinkt. Wir sprechen mit ihm, wissen wir, was er weiß. Was ist das? Wo ist sie, Marston? Wer? Wer? Meine Däuner, du verdammt! Wo ist Bonnie? Ich weiß nicht, ich habe sie seitdem nach dem Feuer. Warum? Warum? Weil sie nicht mehr gesehen haben, seit gestern nachdem. Ich glaube, ich kann mich nicht aufhören. Wenn ich ein Kind verletze, dann... Ja, Drew, niemand hat noch etwas verloren verloren. Ich bin sicher, dass sie gut ist. Oh, Herr Marshal! Herr Marshal! Komm, 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 wo auch du bist! Wer ist das? Wer ist das? Hey, buddy! Das wird dein nächstes Mal hierher sein. Even besser! Good day, Mr. McFarlane! Komm, komm, von diesem Hecht, oder ich versuche. Haha, ich würde das nicht empfehlen, Herr. Nicht, wenn Drew McFarlane will sehen, dass er seine Böne wieder in eine Piste ist. Hey, Mr. McFarlane! Das ist eine schöne Frau, wenn du da bist. Komm, von da bist du da bist! Ich denke, dass ich sie selbst heiratet habe. Gib sie ein Baby und das. Was willst du? Das ist besser. Ich will Norman Dick. Ich will sie frei. Dann wird sie zurück, Herr. Wir machen uns nicht mit den Verlusten, Herr. Ja, du? Wir müssen uns nicht verletzen, um so zu tun. Die Regierung selbst nicht mehr als ein paar Kröger. Das ist das Land der Möglichkeit, Herr. Und ich gebe dir die Möglichkeit, zu holen deinen Donner zurück, bevor ich 15 Freunde von meinen nehmen alle ihre Angst, und ihre Leidigkeit auf sie. Wo ist sie denn? Wo ist sie, Junge? Bring Deke auf Tumbleweed in ein paar Stunden. Und keine lustige Ideen, oder ich werde das Hörstück selber schlafen. Ihr Junge haben eine liebende Nachmittag. Was machen wir? Wir machen wie er sagt. Du und ich, Marshal. Herr McFarlane. Ich werde dir deine Frau zurück. Ich habe das. Bitte, Dabla. Ich werde dir ein bisschen Respekt für die Law. Schnell, Dabla. Let's go. Quick as you can, Deputy. Make sure he's tight on good. Stay with me, Marston. Ich werde nichts passieren, Herr. Komm her! 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 Das ist das, was passiert, wenn die Bundeskanzinierungen interferieren in unseren Begriff. Du bist glücklich, jetzt? Nein, ich bin glücklich. Und ich habe schon gesagt, ich bin nicht mit dem Regime. Nun sagen Sie das, John, aber die einzige Sache, ich weiß sicher, wer du hast. Sie haben mich hierher. Sie haben mich keine Wahl. Das ist dein Regime der Bundeskanzinierende, Herr Johnson. Sie kommen hier, wie der King of Diamonds. Sie sprechen viel Flannelles über uns helfen, über die Freiheit und die Zivilisation in den Westen. Aber sie haben nichts als Probleme und finanzieren. Ich glaube mit Ihnen. Wolfen und schnauze Kleine. Sie sind alle. Sie schrauben Sie, dann machen Sie sich um jemanden zu investigieren den Krieg auf Ihren Seite. Die Menschen hier haben sich verletzt, wenn sie schlimmer sind als sie vorher waren. Die Leute, ich weiß, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute,